Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Top Trends. In diesem Video wollen wir uns die Newentor Wetterstation näher anschauen. Um herauszufinden, ob diese Wetterstation von Newentor die richtige für dich ist, solltest du dranbleiben und das Video bis zum Ende schauen. Doch bevor wir uns die Newentor Wetterstation mit Außensensor näher anschauen, möchten wir dir kurz zwei kleine Tipps geben, wie du zusätzlich beim Kauf dieser Wetterstation Geld sparen kannst. Der erste Tipp, den wir dir geben möchten, ist eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime. Mit einer Prime-Mitgliedschaft bekommst du auf Millionen Artikel deutschlandweit kostenlosen Versand. Oftmals schon am selben Tag. Außerdem erhältst du Zugang zu Prime Video. Das Programm ist in etwa mit Netflix vergleichbar. Welche weiteren Vorteile dir Amazon Prime bietet, kannst du dir anschauen, wenn du den Link in der Videobeschreibung klickst. Du kannst dann, wenn du möchtest, Amazon Prime kostenlos 30 Tage testen. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar. Der zweite Tipp, den wir dir geben möchten, sind die Rabattgutscheine. Hinter jedem Link in der Videobeschreibung kann es sein, dass ein Rabattgutschein des Herstellers hinterlegt ist. Ob und wenn wie hoch der Rabatt auf das Produkt ist, erfährst du, wenn du dem Empfehlungslink folgst. Falls ein Rabattgutschein verfügbar ist, siehst du ihn direkt unter dem Preis. Alles was du jetzt nur noch tun musst, ist einfach auf das Aktionsfeld zu klicken. Der Rabatt wird dann automatisch beim Bezahlen an der Kasse abgezogen. Die Newentor Wetterstation ist eine unglaublich gut programmierte und gestaltete Wetterstation für den Innenbereich, die mit ihrem erstaunlichen Bündel an einzigartigen Funktionen und Anwendungen niemanden enttäuscht. Das Touchscreen-LCD-Display sammelt Messwerte von Sensoren rund um dein Haus. Die angezeigten Messwerte können je nach Wunsch zwischen metrischen und imperialen Einheiten umgewandelt werden. Die Funksensoren haben eine große Übertragungsreichweite von bis zu 60 Metern, sodass du die Station überall in deinem Haus platzieren kannst. Auf dem Farbdisplay der Konsole werden neben Datum, Uhrzeit und Wochentag auch Trendpfeile angezeigt, die den Verlauf der verschiedenen Wetterparameter sowie die an diesem Tag gemessenen Höchst- und Tiefstwerte anzeigen. Das schöne Touchscreen-Display zeigt die Wettervorhersage für 8 Stunden Intervalle an, zusammen mit den 6 detaillierten, aber dennoch übersichtlichen Symbolen auf dem Display. Die Symbole zeigen auch die verschiedenen Mondphasen an. Alles was du dafür tun musst, ist die richtige Zeit und das richtige Datum einzustellen, was durch das DCF-Signal auch automatisch geschehen kann. Wenn die Wetterstation anstatt der internen Batterie mit einem Netzteil betrieben wird, kann man die Always-On-Funktion aktivieren. Der Vorteil ist, dass du von überall im Haus aus einen Blick auf die Station werfen kannst und sofort darüber informiert wirst, was draußen vor sich geht. Neben der einstellbaren Bildschirmhelligkeit hat uns auch die Auswahl der Zeitzonen sehr gut gefallen. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Alarmen, Benachrichtigungen und Warnungen auf der Wetterstation, kannst du alle Arten von Benachrichtigungen erhalten, wenn irgendein Element in deinem Haus deine gewünschten oder eingestellten Bereiche überschreitet. Alarme können auch bequem mit der praktischen Schlummer-Funktion eingestellt werden, die dir einen 30-minütigen Schlaftimer bietet. Die New Enter Wetterstation ist eine der besten Wetterstationen für den Heimgebrauch auf dem Markt und du erhältst eine Vielzahl von Funktionen, die dir helfen, ein vollständiges Bild von der aktuellen Wetterlage zu erhalten. Beachte lediglich, dass du den Außensensor nicht direkter Sonnenstrahlung oder Regen aussetzt, da dies die Genauigkeit beeinträchtigen kann. Die New Enter Station verfügt über zwei Betriebsmodi, einen Normalmodus und einen Batteriesparmodus, um die Batterie zu schonen und die Bildschirmzeit und Lebensdauer der Station zu verlängern. Außerdem gibt es eine automatische Abschaltfunktion, die das Display nach 10 bis 15 Sekunden ausschaltet, wenn die Station mit internem Batteriestrom betrieben wird. Damit wird die effektive Nutzungsdauer der Station verlängert. Wenn du also Wert auf die Batterieleistung legst, bist du mit der New Enter Wetterstation bestens bedient. Insgesamt eine Top-Wetterstation, die dir die wichtigsten Wetterdaten akkurat zu einem wirklich erstaunlich günstigen Preis anzeigt. Das sehen auch viele andere Besitzer der New Enter Wetterstation so. Sie loben den sehr leichten Aufbau der Wetterstation und gute Lesbarkeit des übersichtlichen Farbdisplays, welches auch dauerhaft beleuchtet nie störend wirkt. Bei Amazon erreicht die New Enter Wetterstation eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei bereits über 4.700 abgegebenen Bewertungen. Eine tolle Wetterstation mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis. Der Preis der New Enter Wetterstation liegt in der Preisklasse um etwa 50 Euro für Neuwoahre und 40 Euro bei Warehouse Deals. Falls du nicht weißt, was Warehouse Deals sind, kannst du es in der Videobeschreibung lesen. Du kannst dir die New Enter Wetterstation genauer ansehen und den aktuellen Preis checken, wenn du am besten so gleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung die Wetterstation zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Produkt haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.